Ich bin frei! Zurück in den Kampf, Sergeant! Der Konvoi hängt uns ab. Wir müssen uns beeilen. Alleinheiten! Ich habe ein Fahrzeug. Der Akku-Konvoi ist noch in Sicht. Verstanden, Gass. Dünne weiter die Hell-Haus und dringst du das Wort vor. Ich schicke der Soldaten-Farztin. Verstanden. Was ist deine Position? Wir holen auf. Sechs Ende. Du näherst dich aus dem grünen Lasten. Das sind Fahrrad-Soldaten. Ja, ich sehe sie. Pass auf, du schließt noch der Wünschte. Verdammt! Fahrers Freunde wurden gerade getroffen. Wir sind zu kämpfen, hier, Sergeant. Konzentrier dich auf den Feind und find the last rest. Die Suche hältst du aus! Nick! Was siehst du? LRB für Sie! LRB für Sie! LRB für Sie! Verracken, Lester! Verfolge den Konvoi nach Norden. Verstanden. Bleib an ihnen dran. Wir kommen zu dir. Yes, Nick. Meine Speer melden eine Akustraßensperre voraus. Bestätigt. Ich sehe sie. Du wirst sie rahmen müssen. Durchbrechen. Töte so viele wie möglich. Machen wir ihnen Angst. Halt sie nicht, Jungs. Nick, ich bin durch. Verstanden. Achtung, auf der Straße vor dir ist was los. Was zur Hölle ist das? Akku setzt Minen auf der Straße ein. Das sind Zivilisten, Nick. Dafür wird Akku brennen. Ich bringe Streichhölzer mit. Minen vor los, Sergeant. Wo kommen diese Minen her? Von einem Truck vor dir. Vorsicht! Gott! Akku trifft Zivilisten. Wir müssen diesen Truck ausschalten. Du nervst dich dem Laster mit den Minen. Bestätigt. Das Problem ist gelöst. Alle Einheiten, was ist euer Status? Nicht schießen, Sergeant. Ich bin im Truck hinter dir und dabei zu überholen. Ich bin gerade an der Straßensperre vorbei. Gas! Captain! Alcatraz hat Verstärkung. Du brauchst mehr Feuerkraft. Hüpf rein, Sergeant. Los geht's! Schön dich all wieder zu sehen. Nimm den Granatwerfer!